Ich finde, da wird es halt interessant oder sehr dynamisch, weil das natürlich ganz von Unternehmenskulturen und Kommunikationsmöglichkeiten und Ebenen und so abhängt, beziehungsweise eine Ebene wäre natürlich auch zu den ganz früheren Dingen, über die wir am Anfang öfter gesprochen haben, die eigenen Arbeitsprozesse natürlich auch zu erkennen. Also das gilt ja natürlich nicht für die Führungskräfte, die dann in eine Rolle kommen und das Bigger Picture sozusagen erkennen können müssen, sondern wenn wir jetzt das Controlling Beispiel nehmen, das kann halt natürlich auch nur dann funktionieren, wenn die Menschen, die das selber machen, sich die gleichen Gedanken machen, die du jetzt aufgezählt hast. Nämlich, ja eigentlich müsste unsere Arbeit aus den und den Analysen bestehen und nicht aus der Aufarbeitung. Und dann müsste man halt in dem gleichen Prozess soweit sein, dass man sagt, ja stimmt, eigentlich könnte man das technisch oder digital lösen, dass das automatisiert wird. Und dann kommt das nächste spannende Ebene und dann müsste so eine Kommunikationsstruktur da sein, dass wenn die Führungskräfte das selber nicht so erkennen und wieder der Blame fällt natürlich auf der Führungskraft, dass sie nicht alles im Blick hat, weil das würde eigentlich so zu den Aufgaben gehören, ist egal, ob du selber jemals irgendwie Controlling gemacht hast. Zumindest müsstest du soweit, wenn du in die Rolle kommst, dass du dich damit auch beschäftigst und auseinandersetzt. Und dann müsste aber dann eben diese andere Kommunikationsstruktur gelten, dass die Menschen aus dem Controlling zur Führungskraft gehen können, zum Beispiel in 101 Gesprächen und dann diese Dinge ansprechen können und sagen können, hey, wir haben uns über unsere Arbeitsprozesse irgendwie Gedanken gemacht, wir haben so ein bisschen nachgeforscht, wir hätten den und den Vorschlag, das würden wir gerne so ausprobieren. Und dann läuft ja diese Veränderung in einem viel natürlicheren Prozess, weil einfach diese Rahmenbedingungen von allen reflektiert und analysiert worden sind und dann kommt man hier auch weiter. Und ich finde, das ist halt die größte Herausforderung oder die größte Schwierigkeit, weil das natürlich bedeutet, dass auf allen Ebenen die gleichen Denkprozesse beginnen müssten. Also beide Ebenen müssten die Rahmenbedingungen versuchen zu erkennen, beide müssen offen genug sein für Veränderung und dafür, dass man sich vielleicht eine Unwissenheit eingesteht. Und das ist ja auch so eine Sache, daran scheitert es in den meisten Fällen, dass einfach auf egal welche Position Menschen sich nicht trauen zu sagen, sorry, weiß ich nicht. Und ja, ich meine, okay, weiß man halt nicht. Das ist, das Einzige, was das sagt, ist, dass du noch die Möglichkeit hast, etwas Neues zu lernen und das sagt nichts Negatives aus, dass es quasi dann nicht mehr weitergehen kann oder dass man da irgendwie hoffnungslos ist. Und wenn man diesen Schritt irgendwie überwunden hat, dass vielleicht die eine oder die andere Ebene sagt, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, dann kann man sich ja genau das anhören, was die andere Seite zu sagen hat und dann kommt man auch weiter. Und dann wird ja dieses Ganze, diese Veränderungen werden ja dann sehr dynamisch auch packbar sozusagen als Gesamteam. Und dann wird ja das Ganze, diese Veränderungen werden ja dann sehr dynamisch auch packbar sozusagen als Gesamteam.